Musik Hallo und herzlich willkommen im neuen Spielzeugmuseum. Kommt mit mir auf eine spannende Entdeckungsreise durch die neue Welt des Spiels und des Spielzeugs. Los geht's! Ab in die Museumsquatschen und rein ins Vergnügen. Musik Im Spielzeugmuseum bist du fast immer in Bewegung. Ob bei den Riesenmurmelbahnen, den Bauklötzen oder in der Lounge. Turnen, lache, laufe und freue dich. Und schau dir an, womit Kinder vor langer Zeit gespielt haben. Musik Möchtest du noch mehr erleben? Dann los, rauf in die oberen Stockwerke. Schau im begehbaren Puppenhaus vorbei. Spiel im Kaufmannslagen, finde geheimnisvolle Schätze oder lass die Reifen quietschen beim Grand Prix von Salzburg. Wer ist wohl der Schnellste auf der Karrierebahn? Ich bin gespannt. Musik Ganz oben haben sich Schüler für dich etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Ein Museum im Museum. Was das ist? Schau vorbei. Dass ihr sonst noch alles Spannendes erleben könnt, seht ihr euch am besten selber an. Ob in der Kreativzone in den Sonderausstellungen oder auf der Holzrutsche. Spaß macht's garantiert. Die Leiterin des Spielzeugmuseums, Karin Rachbau-Lienauer, verrät jetzt noch ein bisschen mehr Passauf. Wir hoffen, dass wir auf vielen Ebenen was Neues bieten. Wenn man bei uns reinkommt, trägt jeder ein Nurmelgeschenk. Man kann auch in einem Kino mal einen Film anschauen oder sich von einer Wand verstecken und einen Oberwall anziehen. Wir laden alle ein. Und was habt ihr da schon alles gemacht? Gebaut. Und was hat dir am besten gefallen? Das ist eine gute Idee. Und was hat ihr da schon versucht, das ist eine gute Idee. Danke.